Moin und willkommen zurück. Heute möchte ich ein Geheimnis mit dir teilen. Ein Geheimnis, wie du sicherstellen kannst, dass der Augenschlusstest bei der Elmeninduktion immer funktioniert. Wirklich immer. Wenn du wissen willst, wie, bleib jetzt einfach dran. Moin und willkommen zurück. Ich bevorzuge die Elmeninduktion, weil sie ein schrittweises Verfahren ist. Sie hat alle Tests und Überzeugungshilfen eingebaut und du kannst die Elmeninduktion so ziemlich jedem Klienten anpassen. Die Elmeninduktion beginnt ja mit dem Eyelock-Test, also dem Augenschlusstest oder auch der Augenlid-Katalepsie. Bei der Augenlid-Katalepsie gibst du die Anweisung, entspanne die kleinen Muskeln rund um deine Augenlider herum so weit, bis sie nicht mehr funktionieren wollen. Und wenn du dir selbst so sicher bist, dass du die kleinen Muskeln rund um deine Augen herum so weit entspannt hast, bis sie nicht mehr funktionieren wollen, kannst du es testen und dich davon überzeugen. So kann man einen Klienten davon überzeugen, dass etwas passiert. Das ist in den meisten Fällen kein Test für Hypnose, auch wenn viele meiner Patienten zu diesem Zeitpunkt schon in einer tiefen Hypnose sind. Wenn du wissen willst, warum, lass es mich in den Kommentaren wissen und ich verrate dir dies in einem anderen Video. Also für einen Test für Hypnose ist es hier eigentlich noch zu früh. Der Augenschlusstest ist ein Test für die Compliance. Manche Menschen denken, dass Nachgiebigkeit Kontrolle bedeutet. Dabei bedeutet Nachgiebigkeit nichts anderes als Kooperation. Er zeigt dir, ob ein Klient bereit ist zu kooperieren und deinen Anweisungen zu folgen. Das ist ein nützliches Feedback, aber es ist auch ein Test, bei dem der Klient durchfallen kann. Es kann also passieren, dass du ihm die Anweisung gibst, die Augenlider so weit zu entspannen, dass sie nicht mehr funktionieren. Und wenn der Klient dies dann testet, öffnet er plötzlich die Augen und schaut dich an. Das kann passieren. Manchmal liegt es daran, dass du die Anweisung nicht klar und deutlich formuliert hast. Manchmal hat der Klient vielleicht auch einfach nicht aufgepasst. Und manchmal fordern sie dich heraus und sie denken sich, zeig's mir, dass es geht. Das Problem ist, dass du dich jetzt damit auseinandersetzen musst. Und das braucht Zeit. Aus irgendeinem Grund befolgt der Klient deine Anweisung nicht. Er ist nicht kooperativ. Was kannst du jetzt also tun? Die Tatsache, dass der Klient seine Augen geöffnet hat, kann sogar gegen dich gerichtet werden. Denn der Klient könnte denken, das funktioniert doch jetzt nicht. Und dann sind sie wieder in ihrem Kopf und denken. Wie willst du also sicherstellen, dass der Klient diesen Test zuerst besteht? Wie willst du deinen Test ausfallsicher machen? Diesen folgenden kleinen Trick verrate ich dir jetzt und er funktioniert jedes Mal. Du kannst ihn in Einzelsitzungen anwenden. Du kannst ihn in Gruppensitzungen anwenden. Und glaube mir, er funktioniert jedes Mal. Dieser Test macht den Klienten für das Ergebnis verantwortlich. Wenn er den Test nicht besteht, liegt das nicht daran, dass es nicht funktioniert hat, sondern dass der Klient es einfach nicht richtig gemacht hat. Aber das ist in Ordnung, denn die Menschen lernen ja nur. Oder mach den Klienten für das Ergebnis verantwortlich und so geht's. Jetzt hast du eine gewisse Entspannung erreicht. Jetzt musst du den Klienten nur noch anweisen, seine Aufmerksamkeit auf seine Augenlider zu richten, um die Entspannung dort zu verdoppeln. Sage ihm, dass er die Entspannung der Augenlider, der Muskulatur rund um die Augen herum so lange verdoppeln soll, bis er sich sicher ist, dass sie nicht mehr funktioniert. Sag dem Klienten, ich kann das nicht für dich tun. Verdopple diesen Zustand, die Entspannung, so lange, bis du dir sicher bist, dass es nicht mehr geht, dass es nicht mehr funktioniert. So machst du das Ganze ausfallsicher. Sage dem Klienten, wenn sich die Augenlider öffnen, bedeutet das, dass du die Entspannung noch ein paar Mal verdoppeln musst. Verdopple also diesen Zustand, die Entspannung, so lange, bis du sicher bist, dass sie nicht mehr funktionieren. Verstehst du, wie der Klient für das Ergebnis verantwortlich gemacht wird? Du brauchst ihm nur zu sagen, wenn du das Gefühl hast, dass deine Augenlider, die Muskeln rund um deine Augen herum so entspannt sind, dass sie nicht mehr funktionieren wollen. Atme tief ein und wenn du den Atem loslässt, wenn du ausatmest, gehst du einfach noch tiefer. Jetzt musst du dich nur noch zurücklehnen und auf den Atem achten. Sobald du den Klienten einatmen siehst, sagst du einfach und wenn du ausatmest, lass den Zustand noch kraftvoller werden und gehe tiefer in die Entspannung, gehe tiefer in die Hypnose und schon kannst du loslegen. Der nächste Schritt ist die Durchführung des Tests. Hier bittest du den Klienten darum, sicherzustellen, dass die Augenlider, die Muskeln um die Augen herum nicht mehr funktionieren. Dazu sagst du dem Klienten einfach, ich werde dich gleich bitten zu überprüfen, ob sie nicht mehr funktionieren. Wenn du meine Anweisungen befolgt hast, werden die Augenbrauen hoch und runter gehen, aber die Augenlider werden geschlossen bleiben und entspannt bleiben. Du erinnerst den Klienten daran, wer für das Ergebnis verantwortlich ist. Der Vorschlag, die Augenbrauen hoch und runter zu ziehen, gibt dir einen weiteren visuellen Hinweis. Du weißt, wann der Klient den Test durchgeführt hat, weil die Augenbrauen es dir verraten. Pass gut auf, denn jeder Klient ist anders. Manche ziehen die Augenbrauen hoch wie ein Weltmeister, bei anderen ist es nur ein Zucken, ein Flackern, ein kleiner Augenblick. Jetzt brauchst du nur noch Folgendes zu sagen. Überprüfe sie ruhig ein bisschen und überzeuge dich davon, dass sie nicht funktionieren. Damit zeigst du ihnen, dass sie dir nichts beweisen wollen, nichts beweisen sollen und nichts beweisen müssen. Sie befriedigen sich nur selbst. Wenn der Klient also den Augenlid Test besteht, ist das gleichzeitig auch ein Überzeugungsversuch. Manche Klienten werden davon wirklich überrascht sein. Sag einfach, das ist gut. Hör auf zu testen und entspanne dich weiter und lass den Zustand noch stärker und noch kraftvoller werden. Und schon bist du bereit für den nächsten Schritt, nämlich diese Entspannung von den Augenlidern auf den Rest des Körpers zu übertragen und den Zustand noch stärker und kraftvoller werden zu lassen. Cooler Tipp, oder? Wenn du noch andere Tipps brauchst, stelle jetzt einfach sicher, dass du den Kanal abonnierst. So kannst du für dich sicherstellen, dass du immer dann informiert wirst, wenn wir ein neues Video online haben. Ich sage jetzt erst mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dein Steen Nils Musche.